so haben wir kommen zurück wir haben neue Zoll gefunden das ist ab ihr habt der andere Zoll ist abgeschüttet und wieso hat das keine Schotten ich habe immer noch die SMG Leute, man darf nicht ins Wasser du hast boah, genau deswegen will ich nie ich habe keine Chance mehr irgendwelche Kills zu machen ja und ich freue mich dann weil ich dann Kills mache bei dir weil es so viel Spaß macht Ab und zu killst du mich hier noch ja ich bin halt eine Herausforderung ja manchmal nur weil ich die Herausforderung habe ey scheiß Sniper scheiß Sniper scheiß Sniper scheiß Sniper ich freue mich dann keine Kurschen mehr scheiß Sniper scheiß Sniper ich auch nicht ich jawohl Alter, weißt du, ich hab dich gerade versucht, dich zu treffen ich hab kein Wiese getroffen ich auch nicht bis dahin ganz schön lol man darf nicht man darf nicht das beschissene Wasser betreten so ein Beschiss aber auch ja, das erinnert mich voll an die Lava Map, wo ich die ganze Zeit ohne Aimbot gekillt habe ne wo ich auch die ganze Zeit gekillt habe und dann kam der mit Aimbot was fassen nun ich hab gesagt, hör mal auf! ich will auch noch ein paar Leute killen können ja ok, dann kill diesen Spiegel so der eine Spiegel der eine Spiegelgranate hat der keine zwei Spiegelgranaten genau so ich brauche einen Schutz und es geht ab nix krieg ich nur gekillt, wenn ich den Schutz habe und mich hin und dir einen Schutz verziehen kann hehehehe er wusste schon, dass die Blöcke sie automatisch färben? bei mir ist das jedenfalls nicht, musstest du den Typen abknallen ach so, der ist ins Wasser gesprungen hab ich gerade gemerkt, die Bau hier so einen kleinen Schutzwahl auf einmal sind die Blöcke automatisch farbig voll cool nein ich sehe gerade ja ich brauche mich, ey, da ist so ne äh, das ist so ne äh, das ist wohl nur halt nicht äh, ne Quatsch das ist das eine Lava Map, wo wir haben was da aufgebaut, ist nur halt nicht in der Höhle, ja, bin ich gut wir haben das Sneak-Zeichen da na nicht abgucken, sonst gibt's Ärger ey, man kann ja gar keine Blöcke abbauen auch nicht, die man gesetzt hat? nein lol man kann die abbauen, die irgendwo automatisch da sind haben die eine Brattbild an, oder was? natürlich hm 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 ey, der Berg ist ja auch ein geiler Schutz, ey haha wie soll ich den zerstört? hihihi hihihi da hast du den Berg zerstört, den Idiot nein, ich hab den so bisschen aufgekratzt ey, der ist richtig geile Deckung nein hihihi 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 hör auf wieso lass meinen Schutzgarten ja das bin ich Mann macht's auch voll viel Spaß ja, aber nicht das ist nicht mein Problem, ah da ist wieder einer kein Problem ja bist du das gewesen? mit dem Block da sind grad zwei Stück hin um die Brücke gelaufen, wer bist du? der, der am Bauen nur ich bin im gegnerischen Team, was das im Feld fällt no, da waren eben mehrere ich weiß doch man kann seine eigene Blöcke abbauen, aber nicht alle mal hier ist alles so schön weiß scheiße wieso da ist der die Flagge? alter genau drei gegen ein drei gegen ein voll fair also mutig jetzt jeden Kill, den ich sehe die dich gar nicht mit wissen du eigentlich ah, dahin bist du das gewesen? das war ich steht doch oben ich hab doch geschrien, ah, da bist du, zack du bist das bist du, okay, geh weiter, geh weiter, geh weiter, ich töte mal mit der SMG impfen wenn der gerade auf die Brücke geht, bist du nicht der krass Tieren anwesend ich glaube ich versuch mal zu jedem Schmuck drüber zu kommen das wird nicht nur ein Klopfen weil wie soll man das zu schaffen hat er hat er sagt verdammt keine Lust mehr hier ist ein Geschenk alter Junge hör auf ich hab sie auch gleich nah mit dem Headshot so wie die so wird die Brücke gebaut ich bin froh dass die Protektions sind die Pflöcke zum Teil nicht mal wieder wer versucht mich da grad zu killen nicht ich ich nicht nicht ha ha ich muss keine Angst haben, ich kenne dich nicht. Blätter! Arschloch! Du hast aber wohl nie gehabt! Ja, aber nur noch 3 Schuss! Und dir hast du gerade auf mich abgegeben. Jo, es war also kein 3 Schuss, ich hatte alles komplett voll gehabt. Mein Magazin war nur Rattler, weil ich nachladen musste. Lass uns erstmal die Frücken abbauen. Ja, dann sagt das den, der mich abgeschossen hat. Das war's ja du! Oh! Oh! Du, hör auf! Leute, anzuschießen! Es geht erstmal Frückenbaut! Okay! Okay, das war's nicht du! Ja, wieso soll ich dich? Da bist du! Hör auf! Hör auf, Junge! Jetzt den Weg wird! Nein, sind wir nicht, weil ich den ganzen weiten Weg nochmal laufen darf! Tja, bin ich, muss ich auch gerade! Quatze! Schwanzlutscher! Ich hab's doch schon erahnt, dass du das sagst! Du, aber wer von dir ist, wer von wem ist, wer? Ja, ich baue hier grad mit Blöcken! Der Typ, der grad in Wasser antrugen hat, war Robert, okay! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich bin... Ich wurde beschossen und jetzt muss ich, habe ich ihn erstmal blieb in Deckung reingegangen mit Zipzeln Leben noch? Das habe ich mir erstmal Hör auf! die herrgut hohe jungen das ist doch ich hab gedacht der robert gewinnt er ist noch die jahre das ist das ist die jahre ich hab mich kurz hingegen die jahre